Na alle zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute geht es mal nicht um Erfolge, Mounds, Pets, Toys, sondern um ein Transmog-Item. Ich habe nämlich gesehen, hier in Shadowlands gibt es einige neue coole Umhang-Models und eines von diesen neuen Umhang-Models will ich euch heute mal vorstellen. Ihr seht schon, es handelt sich hier um diese Knochenflügel und die sehen meiner Meinung nach recht cool aus, vor allem, die passen auch zu meinem hier ein bisschen dunkler gehaltenen Set. Wie heißt das Item und wo können wir das herbekommen? Das Item schimpft sich Trophäe der Wiedergeborenen oder das Wiedergeborenen Knochenlords. Dieses droppt von einem Rare Mob und dieser Rare Mob befindet sich hier auf den Koordinaten 28,51 in Maldraxxus. Der Rare Mob ist hier ein bisschen, ja, ihr müsst ein bisschen außen rumlaufen, der ist auf so einem kleinen Plateau, ihr seht, wir können hier hinten hochlaufen und hier können wir ihn beschwören. Wir müssen nämlich ein paar Sachen machen dafür und ihr seht, wir haben hier schon eine ganz gute Anleitung. Ich habe da ein Add-on, das nennt sich Handy Note Shadowlands und das zeigt uns schon an, was wir machen müssen. Wir brauchen nämlich die Anima Terry Kugel und diese Kugel bekommen wir von einem Mob und zwar befindet der sich hier hinten auf den Koordinaten 28,51 und mit dieser Kugel können wir hier den Mob beschwören, wenn denn hier ein Knochenhaufen da ist. Das Problem ist, der Knochenhaufen ist nicht immer da und wenn er nicht da ist, müssen wir diese Kugel benutzen, um die Knochenüberreste hier Mobs zu beschwören. Da gibt es ja auch eine Daily Quest, die ihr unten bei ihm annehmen könnt, wo ihr diese Typen beschwören müsst und wenn ihr einige beschworen habt, dann kann irgendwann der Haufen auftauchen und dann könnt ihr mit der Kugel den Boss beschwören. So funktioniert es im Prinzip. Wir können uns das jetzt auch mal angucken. Wichtige Randinformation, ihr müsst einmal den Typen erst freispielen und wenn ihr den nicht freigespielt habt, also ein paar Sidequests gemacht habt, um den zu bekommen, könnt ihr das Ganze nicht machen. Also Typen freispielen, dann könnt ihr ihn anquatschen, müsst halt schauen, ob der Knochenhaufen da ist. Wenn er nicht da ist, müsst ihr halt hier die Knochen so lange mit der Kugel versorgen, bis dementsprechend der Haufen spawnt und dann könnt ihr den Boss beschwören. Oder was ich meistens mache, weil ich zu faul bin, das hier alles zu beschwören, dass ich dementsprechend einfach Server hopp und dann die Kugel nehme und auf einem anderen Server den Boss beschwöre. Also hier ist der Typ, den können wir anquatschen. Dann wollen wir hier diese Anima-Kugel haben, das ist diese hier und die hält eine Stunde lang an und ihr könnt dementsprechend dann mit der diese Mobs hier beschwören aus diesen kleinen Haufen raus, beziehungsweise wenn der an der große Haufen spawnt, den großen Mob. Der greift mir jetzt an, das wollen wir jetzt natürlich nicht machen, die brauchen wir nicht, jetzt laufen wir nochmal hoch. Und ja, vielleicht noch ein paar Fakten und Daten zu dem ganzen Gedöns. Ihr müsst Necrolord sein, ihr könnt es nur als Necrolord bekommen. Den Mob müsste jeder beschwören können, aber diese Rücken-Items sind tatsächlich Necrolord-only, leider. Es gibt hier verschiedene Farbvarianten. Ihr seht, wir haben hier die schwarze, das ist von der Trophäe und dann gibt es hier so ein bisschen eine hellere, da sind die Knochen ein bisschen heller und diese bekommen wir über die Fraktion, die unvergängliche Armee und da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob die nicht vielleicht sogar alle, ob die nicht sogar alle transmoggen können. Das kann sein. Das hier kann auf jeden Fall anscheinend nur Necrolord transmoggen. Genau. Gut. Hier haben wir jetzt leider keinen Haufen. Wir können jetzt mal gucken. Ich kann euch jetzt mal eins zeigen. Jetzt hoppen wir hier einfach mal Draxos und einfach dann in irgendwelche Questgruppen reinhoppen und wenn ihr Glück habt, dann erscheint hier direkt der Haufen oder ihr macht es auf die aufwendige Art und tut halt hier diese ganzen kleinen Knochenhaufen so lang mit der Kugel versorgen, bis dementsprechend der spawnt. Oft sind hier halt auch Leute unterwegs, die die Quest machen. Da müssen die dann sowieso diese Haufen versorgen mit der Kugel und die Mobs beschwören und dann spawnt er von alleine. Ihr könnt es natürlich auch selber machen. So, jetzt probieren wir noch eine Gruppe. Wenn es dann nicht spawnt, lassen wir es gut sein. Übrigens, wenn der große Haufen hier ist, müsst ihr einfach die Kugel so anwenden und dann spawnt er. Okay, ich glaube, es sollte nicht sein, dass wir ihn bekommen. Eine Gruppe machen wir noch. Ne, ist leider nicht da. Gut, aber viel mehr müsst ihr eigentlich nicht wissen. Der Mob ist nicht sonderlich stark. Er hat, glaube ich, 170.000 Leben und kann man relativ easy alleine umhauen. Gut, das war es schon mit dem kleinen Transmog-Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.